und da sind wir wieder bei prince of persia herzlich willkommen und lasst uns hier loslegen der weg zu unserem ersten ausgewählten ziel ist diesem lichtteil nach wirkung mal wo uns das hinführt will elika uns was erzählen gibt es nichts für uns okay dann laufen wir aber mal weiter jump 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 ich bin gespannt was uns jetzt hier weiter erwartet sind wir auf dem richtigen weg ja da rein also vier gegenden müssen wir scheinbar was macht sie weißt worum ich dich bitte wenn dein wunsch erfüllt ist dann erfüllen wir meinen meine herren kann dieser tag noch schlechter werden die verfluchten arimans auserwählte vor tausend jahren haben sie hier geherrscht dieses ding diese dunkelheit war das das war ariman naja solange es nicht vater war das wäre schlecht so ah ok schluck und das dann hilft sie uns rüber perfekto das ist ja jetzt nicht so furchtbar schwer ich bin auch so runtergekommen ich bin auch so runtergekommen und jetzt bis zum ring noch drückt dann b um den lauf zu verlängern ok ok das muss ich mal alles merken herzlichen glückwunsch äh äh jimain d'aralac d'aralac hier kommt immer wieder was neues ja da merken wir schon nicht ganz so es ist ins kreator nur zumindest zu den ursprünglichen das ist meine leidung mein ist das ein weg traum leute ihr wollt es ja direkt wissen so ich denke ich das richtig das kann aus dem augenwinkel richtig gesehen was die hier möchten die zitadelle wenn die verdammten zurückkehren wird der jäger hier sein ok 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 naja gut zu wissen das fruchtbare gebiet ist oben auf dem turm und das können wir erreichen ja dann lasst uns auf diesen turm steigen darüber ganz toll ok das war nicht das was die wollten das ist ja praktisch zumindest für sie die mir ja sind wir mittendrin das ist ein alter ihr wollt ihr sachen top das ist wirklich noch der richtige weg ganz offensichtlich dann gehe aus dem weg ok ok macht mehr sinn so ne Hoppala, hoppala. Schwarze Glibbermasse. Die Säule zu klettern, okay. Ein Deckenlauf. Okay. Ach du Scheiße. Ja, der kann ziemlich geile Sachen. Ja, wo ist noch mal ein bisschen drum rum? Krieg dich. Warte, fang dich. Okay. Gut, rüber. Dann denke ich ja, ja. Nein. Wird da eine Wand langlaufen? Vermutlich, ja. Was war das? Will ich jetzt überhaupt wissen, was das war? Oh, okay. Hey. Was bist du denn? Das glaube ich jetzt nicht so ganz. Was ist denn jetzt? Was ist denn jetzt? Leid! Was war das? Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Nee, hab ich auch nicht vor. Jetzt wird er aber böse hier. Wie schieb ich denn bitteschön? Komm, komm, komm. Komm, jetzt. Jetzt. Warum hauen die mal ab? Ich bin nicht sicher. Ihr seid nicht? Okay. 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 Ich bin nicht sicher. Ich bin nicht sicher. Ich bin nicht sicher. Ich bin nicht sicher. Wo ist das? Ich bin nicht sicher. 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 Wo? Ich bin nicht sicher. Ich bin nicht sicher. Okay. Ich bin nicht sicher. 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 Ach so. Ich kann mir jetzt hier schon neue Ziele aussuchen. Aber vorher dachte ich, sammeln wir hier ein bisschen was ein. Komme ich da rüber? Lass uns mal. Aber es müsste gehen wir nicht. So, mach es. So, mach es. Noch ein weiter. Da liegt noch einer. Ne, noch nicht. Hopp. Komm, rüber. Schön. So, ich möchte aber noch ein paar andere kriegen hier. Wieder rüber gesprungen. Komm mal mit ihrer Hilfe. Was sie uns machen. Ne, das ist zu weit. Aber ich komme von hier aus rüber. Nee. Kommen wo wir dahin kommen. Was gibt es gar nicht? Kriege ich die 60 alle schon? Ist da noch einer? Komme ich da hin? Vielleicht für mich. Nein. So, genau. Ich komme da nicht nach oben. Was macht der denn? Alles in Ordnung? Mir geht's gut. Gehen wir. Also schon klar, er macht das, was ich ihm sage. Aber ich wollte ja eigentlich ganz was anderes. Ernsthaft jetzt. Das müsst ihr mir unbedingt auch beibringen. Runter mit dir, du Wicht. Na gut. Na gut, komm. So, uns geht's mal hier ein neues Ziel aus. Geht das? Sonnentempel. Kasernenhof. Windmühlen. Turm im Märtyrer. Was war das jetzt hier? Zerstörte Zitadelle. Der Sonnentempel. Der Sonnentempel. Ist es ausgesucht oder nicht? Komm ich da noch nicht hin? Ich wüsste schon nicht, was die hier alle wirklich machen, ja? Gott, der Kessel. Ja, nicht, dass ich da gerade hierher gekommen bin, aber ist ja egal. Ich mach da jetzt mal eben was anderes noch, bevor ich da rübergehe. Jetzt sammeln wir jetzt hier den Kram noch ein. Nee. So, wir sammeln jetzt noch ein paar Lichtkarme ein. Und dann begeben wir uns in die nächste Region hier, die wir bearbeiten können. Dankeschön. Schwupp. Äh. Hup. So kleine Unaufmerksamkeiten entschuldige ich das hier wirklich nicht, ne? Oh Gott. So kleine Unaufmerksamkeit. Nicht zu fest zu packen. Schwer, ne? Oh. Oh. Gott. Mal schauen, ob ich da... Okay. Das mag mich da so erstmal nicht. Mit da das Gleiche... Ja, das war zu weit. Stellt sich aber auch an, ne? Ja, gut. 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 Oh Gott, wo werde ich denn jetzt hier hin? Da drüben. Siehe sie. Mal kurz auf die Karte gucken. Kann ich nicht mehr. Okay. Okay. Oh. Wohin nun? Ja, wo sind die zufällig auf dem richtigen Weg, ja? Oder wie? Oder was? Kann ich hier weiter? Kann sie mich da rüber heben? Wir versuchen es mal. Okay, hier muss ich aufpassen, ne? Da rutsche ich. Aber, wir wissen ja, wie es geht. Schauern. Ich kann da so rüberlaufen und kann dann da ja die Gegner befreien. Das ist ja umso besser. Aber darum kümmern wir uns jetzt wirklich im nächsten Video. Und bis dahin mache ich eine Kurzpause. Macht's gut. Ciao.